Willkommen bei World, der Innovations- und Technologiefirma. World ist die erste Firma, welche Toshibas Ablight in seinem Produkt Temilo einsetzt. Dein Hilo überwacht deinen Blutdruck, deinen Herzschlag, deine Atemfrequenz, deine Schritte, deine Kalorien, deine Stimmung und Energie und kann sogar ein EKG durchführen. Überwache in Verbindung mit der Hilo App deine Liebsten aus der Ferne. Du weisst dann immer, wie es ihnen geht. Und deine Liebsten überwachen dich. Neben der Fähigkeit, deine Gesundheit zu überwachen, hat der Hilo ein unglaubliches Sicherheitsfeature, den sogenannten SOS-Button. Wenn du oder deine Lieben in Gefahr sind, drückst du einfach den SOS-Button doppelt und das Gerät sendet einen Alarm zu deinen vorgängig eingestellten Bestützern via SMS und E-Mail. Dieses Feature kann Leben retten und ist unverzichtbar für deine Kinder, Partner, Eltern und Grosseltern. Das Hilo Gesundheitsarmband wird mit Germanium-Mineralsteinen ausgeliefert, welche am hypoallergenen Armband befestigt werden. Diese Steine steigern die Blutzirkulation, erhöhen den Sauerstoffgehalt, leiten Giftstoffe aus, lindern Muskel- und Gelenkschmerzen und fördern eine bessere Schlafqualität. Investiere in deine Gesundheit. Je länger du deinen Hilo besitzt, umso mehr steigert sich dessen Wert. Durch Firmware- und Software-Updates kommen immer wieder neue Features hinzu. Zum Beispiel ist Welt daran, mehr Features zu entwickeln, wie Sauerstoff-Level-Überwachung, Blut-Temperatur-Überwachung, Alkoholmessung, um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. In Zukunft gibt es sogar ein Mücken-Abwehr-Schild, das deine Familie und dich beschützt. Hilo ist ein Investment in deine Gesundheit und das Wohlbefinden und das deiner Liebsten. Du fragst dich nun sicher, wie viel Hilo kostet. Bei der Konkurrenz bezahlst du für 25% der Features von Hilo zwischen 250 und über 500 Dollar. Mit all seinen Features würde der Hilo weit über 500 Dollar kosten. Doch World bietet seinen Kunden den Hilo für nur 320 Dollar an. Lerne die erstaunlichen Vorteile von World kennen. World ist eine öffentlich gehandelte Firma mit dem Aktien-Symbol WRMT. Unglaublich! In nur 5 Jahren ist es World gelungen, 700'000 Mitglieder weltweit zu gewinnen. World gilt als am schnellsten wachsendes Unternehmen in seinem Sektor. Mit seinem Hauptsitz in Miami und den weltweiten Filialen ist World in 195 Ländern offen und hat sich einen Platz bei den Multimillionen-Firmen verdient. Gegründet in 2011 ist World gepragt von den Ideen seines Gründers Fabio Galdi. Er gilt als Erfinder des ersten Touchscreen-Computers 2002 und Erfinder des ersten VoIP-Services für den privaten Gebrauch 2005. In den letzten 5 Jahren ist das Geschäftswachstum stetig angestiegen auf 2015 157 Millionen. Dies vor allem auch wegen dem Hilo. Aber was World wirklich zum Erfolg geführt hat, sind seine Kunden. Diese bewerben World-Produkte und erhalten im Gegenzug dafür Provisionen. Ja, du hast richtig gehört. World teilt Gewinne mit ihren Mitgliedern. Und zwar mit dem sogenannten Mitgliedervermittlungsprogramm. Vermittlungsmarketing ist der effektivste Weg, um ein Geschäft wachsen zu lassen. Die Chance eines Kaufes ist mit Kunden des Vermittlungsmarketings dreimal höher. Jeder Kunde, welcher ein Produkt von World kauft, wird automatisch ein World-Mitglied und erhält eine kostenlose persönliche Webseite. Aus Sarah wird zum Beispiel www.sarahworldgen.com Wenn Sarah ein Verkauf tätigt, erhält sie 10% des Verkaufspreises. Zum Beispiel, wenn ein durch dich vermittelter Kunde einen Kauf tätigt, zum Beispiel von einem Hello von 320 Dollar, erhältst du 32 Dollar, 10% Vermittlungskommission. Aber halte dich fest, es kommt noch besser. Als loyaler Partner verdienst du Vermittlungsprovisionen, wenn deine Kunden weitere Kunden vermitteln. Zum Beispiel, wenn Tom und Sarah deine Kunden sind und beide je zwei Kunden gewinnen, erhältst du Kommissionen von diesen Verkäufen. Ja, sogar wenn diese Kunden dann weitere Kunden vermitteln und diese Käufe tätigen. Je grösser dein Kundenvermittlungsnetzwerk wird, umso mehr Geld kannst du damit verdienen. Hier siehst du eine tabellarische Übersicht von potenziellen Verdiensten, wenn sich dein Netzwerk jeden Monat exponentiell um je zwei Personen vermehrt. Nach zwölf Monaten ist dein Netzwerk bereits auf fast 4100 Personen angewachsen. Das ist kein Märchen, sondern kann absolute Realität werden. Durch deinen persönlichen Weblink kannst du in YouTube, Facebook deinen Link national und international teilen und schöne Fotos, Geschichten und Reviews veröffentlichen. Mit World hast du unlimitiertes Verdienstpotenzial. World hat bereits eine Handvoll Mitglieder, die zwischen 2 und 4,8 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Und das Beste ist, du kannst dich 30 Tage lang kostenlos anmelden, als freies Mitglied. Werde einfach World-Kunde, indem du ein Produkt von World kaufst und dann deinen Weblink mit allen teilst. Was immer sie gern tun, machen sie es zum Hobby und was die Welt gern tut, machen sie zum Geschäft. Warren Buffett World versteht, dass die Ära von tragbarer Technologie hier und jetzt ist. Das ist deine Chance, ergreife sie. Danke für dein Zuhören. Dein Weltistim. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hoard